Sei gegrüßt an diesem wunderschönen Wintermorgen. Jetzt werde ich noch etwas erzählen. Mein Programm jetzt im Dezember ist, dass ich Kleinigkeiten vorstelle, die du tun kannst, die gegen Winterdepression helfen oder gegen winterliche Trübseligkeit, trübe Stimmung. Wir haben im Winter weniger Licht, immer weniger Licht zur Verfügung, immer weniger Tageslicht. Und das Tageslicht ist aber etwas, was wir für unsere Gesundheit brauchen. Und auch wenn das Tageslicht im Winter schwindet, so hat doch die Natur für uns die Sonne und die Kraft des Tages eingefangen in verschiedenen Pflanzen, die wir dann essen können, zu uns nehmen können und uns das eingefangene Sonnenlicht zuführen können. Darüber werde ich morgen mehr erzählen. Heute, habe ich gesehen, ist ein wunderschöner Sonnentag. Ein winterlich kalter Tag, aber mit klarem Himmel und die Sonne ist da. Die klaren Tage sind oft die kältesten Tage im Winter. Das soll uns aber nicht weiter stören. Wir können uns ja warm anziehen. Was ganz wichtig ist, dass du jeden Sonnenstrahl nutzt, den du bekommen kannst. Da wir im Winter einmal von den Tageszeiten sehr viel weniger Sonne zur Verfügung gestellt bekommen und da wir im Winter durch trübes Wetter noch weniger Sonne zur Verfügung gestellt bekommen, es ist umso wichtiger, die Sonne, die da ist, so zu nutzen, wie es nur geht. Also es ist gut, sich den Tag, sich die Woche, so was man so zu tun hat, so ein bisschen so darauf einzurichten, wie ist denn das Wetter. Und an trüben Tagen gut vorsorgen, dass man die Dinge tut, die man im Haus zu erledigen hat, dass man an den sonnigen Tagen sich die Freiheit schafft, möglichst viel draußen zu sein. Und dabei ist es auch gut, möglichst viel Sonnenlicht auch wirklich direkt an den Körper zu bekommen. Also dass man sich nicht so einmummt, dass man nur so mit den Augen noch rausguckt, sondern dass man möglichst auch das Gesicht frei macht und zum Himmel streckt, zur Sonne streckt und es auffängt. Und ja, es ist natürlich kalt, deswegen ist es schwierig, unbedeckt nach draußen zu gehen, aber die Körperteile, die es vielleicht gerade vertragen können, dann vielleicht mal die Jacke auszuziehen oder die Arme hochzutun und auch mal, ha, hier darf auch mal Sonne hingehen. Aber wenn es zu kalt ist, dann ist es zu kalt, dann hat das keinen Sinn. Aber jeden Sonnenstrahl, den du jetzt im Winter finden kannst, fang ihn dir ein. Die Sonne, das Sonnenlicht, das hat sehr viele Wirkungen auf den menschlichen Körper und über die Haut wird hier auch das Sonnenlicht, also über die Augen, aber auch über die Haut wird das Sonnenlicht eingefangen und das Sonnenlicht bildet Vitamin D und noch etliches andere. Das will ich jetzt gar nicht so sehr ausführen, aber das Sonnenlicht hat eine direkte Wirkung auf den menschlichen Körper und das Sonnenlicht hat auch inzwischen wissenschaftlich erwiesenermaßen, was sowieso eigentlich schon alle wissen im Prinzip, aber es ist jetzt auch noch wissenschaftlich erwiesen, das Sonnenlicht macht glücklich. Das Sonnenlicht sorgt dafür, dass die Glücksboten, die wir im Körper haben, die Glückshormone, dass die aufgeladen sind, aufgefüllt sind, dass die aktiv sind. Deswegen spreche ich heute über das Sonnenlicht, weil der Tag bietet sich an. Natürlich wird es überall auch ein bisschen unterschiedlich sein können, das Wetter, aber wenn hier die Sonne scheint, wo ich wohne, dann ist es meist woanders auch ganz, ganz angenehm klar. Und wenn bei dir heute nicht die Sonne scheinen sollte, dann nimmst du trotzdem die Botschaft mit, denn irgendwann scheint auch bei dir die Sonne. Bleib neugierig, deine Juki Wunschlotse.